Hallo und einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei Wetter.net. Gestern gab es teilweise noch mal viel Wärme, auch Sonnenschein, auch wenn hier und da der Sahara-Staub die Sonne ein klein wenig gedrübt hat. Aber jetzt wird es langsam wieder kühler und vor allen Dingen morgen gibt es einen richtigen Temperatursturz runter in den Märzwinter. Teilweise gibt es sogar Schneeflocken bis in tiefe Lagen, bis in die Täler. Ja, da kommt ja also noch mal der Märzwinter 2021. Braucht den eigentlich noch jemand oder kann das auch weg? Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hier unter unserem Wettervideo hinterlassen. Wir schauen zunächst mal auf den Strömungsfilm und man sieht sehr schön, das Hochjackelin hat sich seit gestern immer mehr zurückgezogen. Und jetzt übernehmen Tiefausläufer so ein klein wenig das Regiment. Es wird wechselhafter werden. Und eben auch deutlich kühler. Die kühlere Luftmassen, die strömen jetzt nach Deutschland und verdrängen die Wärme erst mal aus unserem Land. Wir blicken auf den Niederschlagsfilm. Gestern war es noch trocken, aber ab gestern Abend, da kamen schon die ersten Niederschläge hier im Westen aufgezogen. Und die haben sich nun zum Morgen langsam bis nach Deutschland ausgebreitet und die werden heute auch einmal über uns hinwegziehen. Zum Teil gibt es Regen, Regenschauer und später kann es auch hier am Alpenrand bis in tiefere Lagen mal Schneeflocken geben, beziehungsweise nasse Schneeflocken. Der Winter ergrüßt also noch einmal. Wir schauen uns die Wetterlage heute Morgen an und da sind schon die ersten Regenfälle, beziehungsweise Schauer hier im Westen angekommen. Und die breiten sich im Tagesverlauf weiter aus bis in den Osten Deutschlands, aber auch hier im Süden. Und nur der Norden, der bleibt heute Mittag überwiegend trocken und das auch zum Nachmittag und Abend. Dann ziehen nämlich die Niederschläge weiter Richtung Südosten. Auch da wird es dann zum Teil Regenschauer geben, aber auch in Sachsen, in Thüringen, teilweise im Norden von Bayern, Baden-Württemberg. Da gibt es zum Abend hin immer wieder Niederschläge. Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr heute bei euch nass werdet, dann ladet euch doch einfach mal unsere neue Wetter.net-Wetter-App runter. Den Link zum Download gibt es hier unten in der Videobeschreibung. Die Temperaturen heute im Norden schon deutlich frischer, gerade mal noch 7 Grad, im Osten um die 8 Grad. Das war gestern noch deutlich mehr gewesen. In der Mitte und im Süden, da steigen die Temperaturen noch mal auf 12 bis 14 Grad. Und auch im Westen, da bleibt es schon kühler. Temperaturen hier maximal um 8 Grad, also auch unter der 10 Grad. Morgen früh dann stellenweise nach Norden und Osten Frost, Luftfrost. Frosttemperaturen 0 bis teilweise minus 2 Grad. Im Süden dagegen noch leichte Plusgrade bis zu 4 Grad Plus sind da möglich. Teilweise auch mal 5 Grad. Und stellenweise gibt es aber auch im Süden Bodenfrost. Das heißt Frost in einer Höhe von 5 Zentimetern. Ja und das Wetter am Freitagmorgen ist dann richtig spannend. Wir sehen hier überall diese rosa kleinen Flächen und das sind Schneeschauer. Es kann also am Freitagmorgen vor allen Dingen in den Mittelgebirgen Schneeschauer geben. Und auch am Alpenrand, da geht der Regen immer mehr in Schnee, Regen und Schnee über. Und zum Freitagmittag fällt dann teilweise auch bis in die Alpentäler bis auf 500 Meter herab Schnee. Ja und diese Schneefallgrenze sinkt zum Freitagabend noch ein bisschen weiter ab. Und dann ist es gar nicht so ausgeschlossen, dass es auch mal in München nassen Schnee bzw. Schneeregen geben kann. Dann kommt der Märzwinter mal so richtig in Fahrt. Aber im Rest des Landes, da bleibt es dann im weiteren Verlauf vom Freitag überwiegend trocken. Und die Höchstwerte von Freitag, da könnte man meinen, das wären die aktuellen Nachttemperaturen. Aber nein, es sind die Höchsttemperaturen gerade mal noch 2 Grad im Südosten, sonst so 3 bis 5 Grad am Oberrhein stellenweise bis 6 Grad. Es wird also richtig frisch werden. Da braucht man schon wieder die etwas dickere Jacke. Ja und der Blick dann auf den Samstag auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und da sieht man sehr schön hier, wie dieses Kältepolster über Russland, Sibirien angezapft wird. Und da strömt die Kälte, die kalte Luft in rund 1500 Metern Höhe bis zu uns nach Deutschland. Und deswegen bekommen wir nochmal diesen kurzen, aber doch recht deftigen März-Winter-Einbruch bei uns in Deutschland. Wir schauen uns noch die Höchstwerte von Samstag an. Auch die machen keine großen Luftsprünge mehr. 4 Grad im Südosten, 5 Grad im Osten und 6 Grad im Norden. Im Westen und Südwesten steigen die Temperaturen auf bis zu 7 Grad. Das Wetter ist eigentlich schon wieder relativ freundlich. Hoher Luftdruck ist unterwegs. Und das heißt, der Samstagnachmittag, der bringt in weiten Landesteilen schon wieder recht viel Sonnenschein. Dann kommt der Sonntag. Auch der bleibt immer noch ziemlich unterkühlt. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen so 4 bis 8 Grad. Im Südwesten sind auch teilweise schon wieder bis zu 9 Grad möglich. Und auch am Sonntagmittag ist es oftmals freundlich. Vor allen Dingen hier im Süden, in der Mitte, teilweise im Osten. Im Westen sind ein paar hohe Wolkenfelder unterwegs. Und auch im Norden ist der Himmel teilweise stark bewölkt. Da hat es die Sonne deutlich schwerer, aber es bleibt am Sonntag wieder überwiegend trocken. Ja, wie geht es danach weiter? Schauen wir uns mal die Ensemble-Vorhersage an. Für die Mitte Deutschlands bis zum 19. März. Und hier sieht man sehr schön diesen Temperatursturz von Temperaturen von fast 15 Grad. Geht es runter auf um die 5 Grad. Dann bleibt es erst mal kühl. Und dann wird es ganz langsam wieder wärmer. Richtung 19. März steigen die Temperaturen wieder etwas an. Und es gibt dann endlich auch mal wieder nennenswerte Niederschlag-Signale. Ab dem 10. März könnte es auch in der Mitte mal wieder Regen geben. Denn in den vergangenen Tagen, da war es ja oftmals schon wieder relativ trocken gewesen. Ja, und die Niederschläge, die schauen wir uns hier nochmal an. Auf der Ensemble-Vorsage für den Südwesten Deutschlands ebenfalls bis zum 19. März. Zunächst relativ trocken noch bis zum 8. oder 9. März. Aber auch hier gilt dann, ab dem 10. oder 11. März setzen Niederschläge ein. Die rote Linie ist das Mittel aus allen Berechnungen der Prognose. Und da landen wir bis zum 19. März bei 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Na, das ist doch was. Das kann die Natur und natürlich auch die Landwirtschaft in diesen Zeiten gut gebrauchen. Denn im März, da befinden wir uns ja eigentlich schon im Wachstumsmonat und da tut der Regen richtig gut. Aber die Schwankungen sind immer noch relativ groß. Da gibt es sogar eine Berechnung, die wagt sich rauf auf bis zu 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter bis zum 19. März. Und andere Berechnungen, die gehen gerade mal bis 10 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Kein Wunder, die Niederschlagsprognose ist ja auch in der Meteorologie eine der schwierigsten zu berechnen. Ist ein sehr schwerer Parameter und da müssen wir im Grunde abwarten, wo wir am Ende landen werden. Aber auf jeden Fall scheint es endlich nächste Woche stellenweise auch mal wieder etwas nasser zu werden. Wir fassen zusammen, es wird jetzt deutlich kühler. Am Freitag kann es sogar Schneeflocken bis in die tiefe Lagen geben. Dann wird es Samstag, Sonntag unterkühlt bleiben, aber relativ freundlich. Nächste Woche wird es wieder wärmer, aber mit der Wärme kommt dann auch der Regen wieder zu uns gezogen. Das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Donnerstag.